Liebe Schwestern, Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder, liebe Freunde und Wohltäter von Kirche in Not, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir dürfen nun einen weiteren Blick gemeinsam werfen, vor allem auf das, was Mechthild selbst erfahren hat. Dazu werden wir ein bisschen ihr Buch, das Buch der besonderen Gnade, aufschlagen, ein paar Seiten darin lesen, das, was sie uns zu sagen hat, was sie weitergeben möchte um durch diese Erfahrungen, die sie gemacht hat, auch im Glauben gestärkt zu werden. Wir betrachten dabei einen Aspekt ihrer reichen Spiritualität, dann werden Sie gleich erkennen, um was es dabei geht. Ich darf aus dem Buch der besonderen Gnade eine Stelle vorlesen. Mechthild, die Dienerin Gottes, betete für eine Person, die ihr die Betrübnis des Herzens geklagt hatte, die sie deswegen hatte, weil sie Gott zu wenig liebte und ihm zu wenig andächtig diente. Deshalb fiel sie auch selbst, gemeint ist jetzt Mechthild, in große Traurigkeit und hielt sich in allem für unnütz, die Gott für die so großen Wohltaten, die er ihr erwiesen hatte, keineswegs liebte, wie es würdig gewesen wäre. Ihr antwortete der Herr, ach, meine geliebte Mechthild, sei nicht traurig, denn alles meine ist dein. Darauf sagte Mechthild, wenn wirklich alles deine mein ist, ist also auch deine Liebe mein, die du selbst bist, wie Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Diese Liebe bringe ich ihr da, damit durch sie alles, was mir fehlt, ergänzt wird. Dies nahm der Herr mit Freude an, auch der Herr darf sich freuen, und kann sich freuen, und sagte, so wirst du es am besten machen. Und wenn du mich loben oder lieben willst und dies nicht mit beständigem Verlangen erfüllen kannst, sollst du folgendermaßen sprechen. Guter Jesus, ich lobe dich und bitte dich, dass du alles, was in mir zu wenig ist, für mich ergänzt. Wenn es dir aber Freude macht, zu lieben, sollst du sprechen, Guter Jesus, ich liebe dich und bitte, dass du alles, was in mir zu wenig ist, als Liebe deines Herzens dem Vater für mich darbringst. Und das teile der Person mit, für die du betest, ich teile es ihnen jetzt mit, damit sie es ähnlich macht. Und wenn sie es tausendmal am Tag wiederholt und mich auf diese Weise bittet, so werde ich mich so oft für sie, dem Vater, darbringen, denn ich kann nicht müde und überdrüssig werden. Soweit dieses Zitat aus dem Buch der besonderen Gnade. Heilige Mechthilf führt uns damit auch in eine Schule des Gebetes ein, in die Praxis des Alltags der Gottesbegegnung, die sie selbst erfährt und die eben auch diese Frau erfahren hat, die offensichtlich zu wenig gespürt hat beim Gebet und die wirklich auch eine Hilfe brauchte geistlicher Art. Und der Herr gibt die Antwort, dass er der Schlüssel ist zum Gebet und dass man sozusagen den Weg zum Vater über ihn und sein geöffnetes Herz findet. Mit dieser Vision aus dem vierten Buch des sogenannten Liber Specialis Grazi, eben das Buch der besonderen Gnade, wollen wir den angesprochenen christologischen Rahmen öffnen. Er kann uns helfen, die drei wesentlichen Aspekte der Spiritualität Mechthilfs in den Blick ja ins Gehör zu nehmen, die wie drei zusammengehörige Töne die Harmonie eines Dreiklanges bilden. Das Lob Gottes, die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu und der Blick auf seine Gnade. In diesem bildhaften Dreiklang liegt ja sehr nahe, denn sie war erste Kantorin und hatte dazu noch eine schöne Stimme. Also in diesem Dreiklang stellt die Gnade Gottes zweifelsohne den Grundton dar, der damit auch vorgibt, ob es ein Dur- oder ein Moll-Dreiklang ist. Dieser Grundton, in dem sich quasi Leben und Werk der heiligen Mechthild widerspiegeln und auch ihre Frömmigkeit, ihre entscheidende Richtung bekommen, nämlich ein positives Vorzeichen bekommen. Darauf, auf diesem Grundton der Gnade dessen, was Gott tut, können als weitere Töne der Lobpreis Gottes und die Verehrung seines heiligsten Herzens aufbauen, aus dem seine ganze Liebe strömt und alles Seine, das Unsrige werden kann. Denn alles Meine ist Dein. Mechthild hat es wahrscheinlich auf Latein gehört, zumindest haben wir es auf Latein von ihr überliefert. Omnia Enim Mea Tuasund Denn alles Meine ist Dein. Vielleicht kennen Sie dieses Wort schon, haben Sie es schon mal gehört, aus der Lektüre der Heiligen Schrift. Mit diesen Worten, es sind übrigens genau dieselben Worte, die der barmherzige Vater im gleichnamigen Gleichnis nicht zum Jüngeren, sondern zum älteren Bruder spricht, dem älteren Bruder des verlorenen Sohnes. Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch Dein. Christus selbst lässt also Mechthild in die Rolle auch des älteren Bruders schlüpfen. Der, der immer beim Vater ist, ja, der sozusagen ganz nah bei ihm sein darf und der wirklich das, was dem Vater gehört, auch das Seinige nennen darf. Mit diesem Wort tröstet Christus, die wegen ihres Mangels an Liebe zu ihm betrübte Mechthild und verweist auf seine göttliche Liebe, die für sie alles ergänzt, was dieser Liebe fehlt. Also Gleichnis des barmherzigen Vaters, des verlorenen Sohnes, alles Meine ist Dein. Mechthild hat beide Rollen, sowohl des jüngeren Sohnes und Bruders, der das Haus verlässt, der auf Abwege gerät, sie ist auch eine Sünderin, sie hat aber hier gleichzeitig auch die Rolle des älteren Sohnes, denn alles, was dem Vater gehört, ist auch ihres. Christus selbst bringt sie dahin. Es sind, und das ist auch schön zu bedenken und muss man in diesem Kontext auch mit bedenken, es sind auch die Worte des menschgewordenen Gottes Sohnes an den himmlischen Vater im Abendmahlsaal bei seinem sogenannten hohen priesterlichen Gebet am Abend vor seinem Leiden. Dort spricht Christus von Herz zu Herz zum Vater und betet zu ihm, indem er sagt, alles, was mein ist, ist Dein und was Dein ist, ist mein. Es ist interessant, ich glaube, dieses Wort muss man auch in dieser Stelle mit bedenken, das ist natürlich jetzt Auslegung und Interpretation, aber ich verstehe es so, dass durch dieses Wort, dass Christus zum Vater spricht und das er der heiligen Mächtel sozusagen schenkt, sie gleich hineingenommen ist in diese Liebe des dreifaltigen Gottes, in diesen Austausch der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, dass das, was des Vaters ist, auch des Sohnes ist und umgekehrt. Das heißt, Mächtel wird in diesem Sturzbach der Liebe Gottes, der sich aus dem Herzen Jesu zu uns ergießt, hineingenommen und sozusagen darf dadurch den Weg auch zum Vater zurückgehen. Also ein wunderbares Wort, das wirklich nur der Herr selbst zu machen kann und es ist interessant, dass gerade hier ein Hälfter, der Evangelist Johannes, der der Tradition zufolge auch der Apostel ist und der beim Abendmahl an der Seite Jesu gelegen hat, hoch verehrt wird und wurde bei den Zisterzienserinnen zu vernehmen, denn er hatte genau die Gnade, am Herzen Jesu ruhen zu dürfen, das heißt, seine Herztöne zu vernehmen beim letzten Abendmahl, wo er den Jüngern das Sakrament der Liebe und seiner Kirche schenkt und damit sozusagen über dieses Herz auch am Herzen des Vaters zu ruhen, denn der Einzige, der am Herzen des Vaters ruht, ist der Sohn selbst. So ist Johannes als Lieblingsjünger, noch dazu derjenige, auf den das Evangelium zurückgeht und auch die Johannesbriefe, zumindest seine Schule, je nachdem, wirklich ein Augen- und Ohrenzeuge dieser Liebe und die Schwestern, die Zisterzienserinnen, wussten genau, weshalb sie ihm sozusagen auch einen weiten und breiten Raum in der Verehrung gegeben haben und es ist so schön, dass der Pfarrer Hochenauer diese Ikone des Johannes an der Seite Jesu auch, wenn er da ist, in der Kapelle anschauen darf und wir mit ihm, weil es genau dieser Punkt ist, ja, alles meine ist dein, das was Gottes ist, schenkt er uns und nimmt uns hinein in diese Liebesbeziehung, in diesen Weg zum Vater. Diese Worte, alles meine ist dein, können als Zusammenfassung dessen verstanden werden, was das Wesen der Gnade ausmacht, nicht nur aus Sicht des Buches der besonderen Gnade. Sie ist ganz und gar Geschenk Gottes, dass er den Menschen aus seiner überreichen Fülle der Liebe zuteil werden lässt, um zum einen das Gute, das in ihm da ist, das heißt, seine Begabungen, seine Tugenden, seine Verdienste durch ihn selbst, durch Gott vollenden zu lassen und zum anderen seine Defizite, das heißt, das was wir zu wenig haben, das was wir nicht leisten können, aufzurunden und noch mehr, nicht nur das, das Schlechte in ihm, das heißt, die Sünden und Fehler, die Schwächen zu vergeben. Und an dieser Stelle berühren wir wirklich dann auch die Frage nach der sogenannten Rechtfertigung des Menschen. Die Frage, wie wird der Mensch gerecht? Was macht ihn gerecht und heil und wer schenkt ihm die Gerechtmachung? Hier in Helfter erfahren wir, dass in dieser Schule des Gebetes als eine Rechtfertigung des Menschen ganz aus Gnade, die Hans Urs von Balthasar als den innersten Punkt der Sendung Mechthilds bezeichnet hatte. Die existenzielle Frage also, was können wir tun? Was kann ich als Mensch vor Gott tun? und was tut Gott für uns? Und wie stehen diese beiden Kräfte sozusagen im Verhältnis und wie kommen sie in ein Gleichgewicht? Es ist jene Frage und wir können das hier in der Lutherstadt Eisleben gar nicht vergessen, die einen Martin Luther ein ganzes Leben lang umgetrieben und beschäftigt hat und die er in die Worte gekleidet hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? eine wirklich existenzielle Frage, die Christus hier schon vorher durch seine Visionen, durch seine Botschaften, durch das, was er Mechthild sagt, beantwortet hat und die hier auf eine Annahme und Aufnahme gefunden haben im kirchlichen Rahmen, der wirklich ganz und gar tröstlich ist und aus dem wir heute noch leben können. Die mittelalterliche Theologie hat, das ist in Hälfte ein bisschen anders, sonst eben eher das Verdienst des Menschen betont und seine Mitte